Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rapid Viertelstunde auf W24. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich habe einen Termin um 8 Uhr eingetragen und meine Frau, die weiß es noch nicht einmal, da habe ich es noch nicht sagen getan. Das ruft meine Frau. Ich brauche nur einen Nackenschutz, damit ich die Gnackwartschance habe. Wichtig war, keiner hat sich verletzt und wir haben uns auch noch ein Stück besser kennengelernt, Spaß miteinander gehabt. Bist du aufgeregt? Nein. Er regt mich aus. Bernhard. Der sagt mir, ich bin was? Was hast du gesagt? Schaumgebremst? Nein, das ist schlecht. Jetzt geht es da hin. Jetzt kommt der Übersteiger. Jetzt kommt der hinten. Ja. Den kenne ich auch schon. Und jetzt hätte ich mir gerne einen dritten. Jetzt hätte ich mir gerne einen dritten. Du bist also noch. Komm her. So? So? Nein. Jetzt geht es auch gut. Ja. Der Stadion hat so gemacht. Komm her. Komm her. Komm her. Dieser Mann ist dann bei mir in der Sendung. Stell dir vor. Ja, ich hoffe ihr kennt mich. Ja, wer bist du? Ja, was soll ich jetzt sagen? Wie heißt du? Okay, und dann? Und dann, wo du spielst. Okay. Also, nochmal. Bitte. Ja, hallo. Da spricht der Arne Dober. Ich spiele bei RB2 und freue mich schon auf das Interview mit dir. Andi Marek. Du geiler Typ. Das werden wir dann noch sehen, ob das wird. Ruhe! 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 Halt einmal die Pfeifen jetzt. Jetzt fange ich das dritte Mal an. Ruhig! Ich zeige dir einen Profi aus. Ich habe die Frage vergessen. Schönste, schönste Erlebnis, wo du sagst das Wort. Nein, das ist eine Karte. Nein, muss ich leider. Muss ich leider. Muss ich leider. Ich mag es nochmal. Ich mag das gerne für dich nochmal. Wenn du, wie nennt man das? Leis suchen tust. Das war über eine Vermittlung von Marek Gandhi, sind wir da eingeladen worden. Von Premiere. Zwei Tage ins Bayreuther Opernhaus nach Deutschland. Für Werbeaufnahmen. Und da waren auch Statisten, ein kleiner Fanclub von GRK, ein kleiner von den Violetten. Und da haben wir halt unsere ganzen Rapid-Lieder gesungen dort. Und der Rest ist schwer, der ist unten gestanden. Das war am Balkon oben. Und der hat dann immer wieder gesagt, ihr anderen seid ruhig, ich will nur die Rapid-Fans hören. Danke fürs Zuschauen, sagt dann die Marek. Das lasse ich mal einreden.